Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir testen, wie schnell die neue Fritzbox 4060 ein externes Speicherlaufwerk an ihrer USB-3-Buchse bedienen kann. Und das geht so. Steckt man eine USB-Festplatte, einen USB-Speicherstick oder einen USB-SSD-Speicher an den blauen USB-Port der 4060, dann hat man einen zentralen Speicher im Heimnetz. Darauf können alle angeschlossenen LAN- und WLAN-User zugreifen, die eine Berechtigung haben. So kann man etwa Musik, Filme, Fotos oder Dokumente für mehrere User zentral speichern. Etwa für eine Familie, für eine Wohngemeinschaft oder für ein Büro mit mehreren Mitarbeitern im gleichen LAN oder WLAN. NAS steht für Network Attached Storage, also ein Speicher direkt am Netzwerk. Separate NAS-Speicher-Boxen mit Ethernet-LAN-Ports und eigenem Betriebssystem kosten meist weniger 100 bis etliche 1000 Euro. Man kennt sie etwa von Asus, Buffalo, Cisco, Dell, Fujitsu, Netgear, QNAP, Synology, Zeichsel und vielen weiteren. Doch eine eh schon vorhandene USB-Festplatte an den USB-Port einer Fritzbox zu stecken, ist viel billiger. Allerdings war so eine NAS-Lösung am USB-Port eines Routers in der Vergangenheit auch viel langsamer als eine echte NAS-Station mit 1000, 2500 oder gar 10.000 Megabit LAN-Anschlüssen. Da die neue Fritzbox 4060 vom Januar 2022 genau wie der Fritz Repeater 6000 vom Sommer 2021 aber eine starke CPU verbaut haben, wollen wir wissen, ob so ein Fritz NAS-Jetzt anno 2022 nennenswert schneller geworden ist. Zu diesem Zwecke holen wir eine Seagate Ironwolf NAS-SSD mit 480 Gigabyte Brutto-Speicher aus unserem bewährten Speed-Zuspieler Synology DS1618 Plus heraus. Wir formatieren sie mit dem weit verbreiteten Windows-Dateisystem NTFS, spielen unsere bewährten Test-Dateien auf die SSD und stecken die Ironwolf SSD dann über eine IC-Box an den blauen USB-Port der Fritzbox 4060. Im Fritzbox Heimnetz wird die Seagate SSD nun als USB-Speicher-Volume sichtbar. Im Heimnetz der 4060 haben wir zuvor auch schon die USB-Buchse vom Green-Mode USB 2.0 auf den schnelleren Power-Mode USB 3.0 umgeschaltet. In der Heimnetz-Freigabe aktivieren wir den SMB-Zugriff. Danach gehen wir ins Fritz-NAS-Menü und sehen fünf altbekannte Demo-Ordner von AVM aus dem Jahre 2011. Diese lagen ab Werk auf dem fest eingebauten Speicher der Fritzbox 4060. Ganz unten liegt unser eigenes Volume, das von der externen Seagate SSD über den blauen USB-Port in die Fritzbox 4060 eingespielt wird. Wir lassen ein paar Lieder und Filme ablaufen, die ruckzuck von der externen SSD über das WLAN der 4060 auf unseren Dell-Rechner kommen. Nach diesem kurzen Verbindungs- Check testen wir systematisch den Netto-Durchsatz. Zuerst verbinden wir einen gelben LAN 1000-Port der Fritzbox 4060 mit einem ebenso schnellen LAN 1000-Port einer Dell-Workstation. Der 1-Gigabit-Netzwerk-Adapter im Dell-PC meldet sich als Intel Ethernet Connection LM. Über diese LAN-Kabelstrecke starten wir einen Download eines 10-Gigabyte-großen Ordners von der Seagate-SSD an der 4060 über die LAN-Kabelstrecke auf den Dell-Rechner. Der Download von der Seagate-SSD zum Dell-PC startet blitzschnell mit fast 1000 Megabit. Das ist der rote Block im Bild. Dieser Netto-Durchsatz via FRITZ NAS ist auf Anhieb optimal, denn mehr lassen die gewählten 1000-Megabit-LAN-Buchsen der Fritzbox und des Dell-Rechners ja sowieso nicht durch. Der anschließende Upload vom Dell-PC auf die Seagate-SSD an der 4060 ist mit Peaks bis zu 668 Megabit um ein Drittel langsamer, aber immer noch sehr flott und sehr stabil. Das ist der grüne Block im Bild. Greifen wir jetzt über das 5 GHz-1-WLAN, also über die Luft, auf die externe NAS-SSD-Platte an der 4060 zu, dann bekommen wir Peaks bis zu 512 Megabit im Download und bis zu 534 Megabit im Upload. Damit kann man sehr gut arbeiten. Beim NAS-Zugriff auf den 5 GHz-2-Frequenz-Block bekommen wir fast die gleichen Speed-Werte wie über den 5 GHz-1-Block. Der Zugriff auf große Dateien an einer SSD am USB-3-Port der 4060 war per WLAN-6-Funk und erst recht per Gigabit-LAN-Kabel so flott, dass man wirklich gut damit arbeiten kann. Und das für fast kein Geld. Der Einsatz beschränkt sich nämlich auf das Anstecken einer USB-Festplatte, eines USB-Sticks oder einer USB-SSD. Bei vielen Leuten liegt so ein USB-Speicher sowieso ungenutzt irgendwo herum. Ansonsten gibt es 480 Gigabyte USB-SSDs ab 40 Euro und herkömmliche 500 Gigabyte USB-Festplatten mit rotierenden Magnetscheiben ab 20 Euro. Der Speed am Fritznas war nicht immer so zackig. Im Sommer 2018 konnten wir bei ähnlichen Versuchen mit einer ansonsten, ja doch sehr beliebten Fritzbox 7490, über deren 1300 Megabit WLAN bloß 44 Megabit beim Lesen alias Download und 34 Megabit beim Schreiben alias Upload auf einer schnellen SanDisk-SSD herauskitzeln. Säule 1 und 2 von links, die schnelle SanDisk Extreme 900 SSD war anno 2018 an einer Fritzbox 7490 die pure Verschwendung. Ihr toller Speed kam an der 7490 überhaupt nicht zum Tragen. Säule 3 und 4, die Seagate Backup Plus Desk STFM 400200, 4 Terabyte, 3,5 Zoll, mit eigenem Netzteil, hat im konkreten Testumfeld am besten abgeschnitten. Sie musse den Strom der 7490 nicht anzapfen. Die neue Fritzbox 4060 von 2022 ist im NRS-Betrieb per WLAN jetzt also über zehnmal schneller als die Fritzbox 7490 aus dem Jahr 2013 mit FritzOS von Mitte 2018. Das war nun also der NRS-Test an einer Fritzbox 4060 vom Januar 2022. Es gibt bereits zwei weitere Videos zur 4060. Erstens ein Unboxing-Video mit einem Überblick über alle Tech-Specs. Zweitens ein Video mit diversen WLAN-Tests der Fritzbox 4060 hinter einer AVM 6660 Cable am Vodafone Kabel 1000 hinter einer AVM 7530 AX am 1&1 DSL 100 Internet-Anschluss sowie an einer 10-Gigabit-NAS-Station Synology DS 1618+. Falls Ihr Fragen oder Meinungen zur 4060 habt, freue ich mich über konstruktive Kommentare. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen, und alles Gute bis zum nächsten Mal!